hallo und willkommen zu einem neuen let's talk diesmal möchte ich mit euch über den resident evil des island trailer sprechen oder teaser trailer ja letzte woche ist der teaser trailer herausgekommen zu dem neuen cg movie das ist der fünfte in dem bunde ich habe jetzt hier mir extra die blu-rays die ich in meiner sammlung habe von den anderen film ja vorgelegt und zwar ich fing es ja an mit die generation richtig geiler film ich mag die reihe übrigens also die animations reihe weil ich finde sie reale oder besser an der spielereihe als die mila juniowitsch filme sind auch nicht schlecht gemacht aber die finde ich persönlich besser genau also wie gesagt die generation darauf folgte dann dem nation und als dann kam resident wenn detta und resident evil infinite darkness der war ja bei netflix exklusiv vorab gezeigt worden ja und jetzt folgt eben halt death island wie kann man noch nicht zu dem ganzen film sagen im endeffekt ich will gleich den trailer mit euch ein bisschen ein paar bilder eindrücke besprechen zeigen kann ich ihn dir leider aus rechtsgründen nicht komplett deswegen kann ich nur bilder einblenden wenn ich so darüber rede wie gesagt der film ich habe auch mehr extra hier noch mal eine wikipedia seite damit ich paar fakten oder wikipedia seite aufgeschlagen damit ich ein paar namenfakten zitieren kann der film kommt jetzt im sommer 2023 raus es wird wieder von sony pictures vertrieben ist vom gleichen studio wie auch die anderen also wie jetzt vendetta und auch findet darkness zeichenträgt technisch oder technisch gemacht ja was kann man noch so ganz grob erstmal vorab sagen ja im endeffekt ist es jetzt zwei jahre nachdem infinite darkness raus kam der kam ja mittlerweile ist das zwei jahre her sein und ja ich bin sehr gespannt darauf ich mag die reihe und sicherlich ist sie auch ein bisschen kontrovers zu sehen bei einigen fans und hardcore fans da können wir auch einfach mal drüber quatschen oder ich sage meine gedanken dazu ja also wie gesagt ich persönlich finde diese serie ein bisschen intensiver in meint an den games sie ist auch so gesagt mehr auf action ausgelegt als auf suspense und grusel und so weiter also nicht so wie original games sondern wirklich ist es auf action auch ein bisschen sehr überzogene action das ist also sehr over the top aber eben halt sehr und auf unterhaltung auch gemacht muss man auch zugeben mag einigen nicht so deswegen gefallen aber ich meine geschmackssache ist sowieso immer schwer zu treffen und ich glaube wenn ein franchise schon so tief verwurzelt ist dann ist es auch unmöglich dass jeder zufrieden ist ja also wenn detta wenn detta war einer der vorreiter und warum gehe ich den noch mal denn jetzt heißt es dass das island eine fortsetzung zu vendetta sein soll ja also was gibt es zur story zu sagen bevor ich über die einzelnen bilder mit euch spreche es heißt zur story dass leon kennedy einen auftrag erhalten hat den doktor antonio taylor der gekidnappt wurde ausfindig zu machen gleichzeitig bricht im raum san francisco gibt es zombie auftreten der zombie virus bricht aus und diese menschen haben eins gemeinsam dass sie vorher zuvor auf alcatraz waren gut ausgedrückt so und dann sehen wir auch in dem ersten trailer die ersten bilder sehen wir wie ein zombie in alcatraz so ein bisschen rock das ist ja die insel bei san francisco das ehemalige gefängnis wo ja auch der film rock ja auch gespielt hat im endeffekt wo man auch schon gesehen hat dass der damalige general hummel in dem film so rock touristen entführt hat diesmal wenn touristen durch zombie angegriffen also ich hatte das gefühl so ein bisschen bei den bildern gleich der anspielung auf diese sachen aber gut das ist eben halt so es ist ja auch ein genialer actionfilm mit john connery und nicholas cage genau also wir sehen wie gesagt dass sie dort angegriffen werden und was jetzt noch in der synopsis bei ich habe es bei wikipedia gelesen es soll auch eine geheimnisvolle frau auftauchen möglicherweise weil es heißt das ist eine fortsetzung zu vendetta dort eine der bösen hauptfiguren ja überlebt das sind es sind mehrere gewesen und die überlebt kann durchaus sein dass es diese frau ist weiß ich natürlich nicht es ist jetzt auch eine vermutung im trailer sieht man diese gar nicht ja also aber was sehen wir in dem trailer jetzt weiter wir sehen eben halt alcatraz und logisch wenn die geschichte sagt dass in alcatraz das aus welche tor da waren müssen natürlich die unsere helden dorthin also wir sehen dann auch ein boot was richtung alcatraz fährt und unter dem boot 5 schon so ein haisch hatten riesige haisch hatten und später sehen wir auch noch so ein monster aus dem wasser kommen also ich finde es richtig geil dass neptune also das war der codename von resident evil 1 damals von dem hai dem wir da im labor begegnet sind jetzt vielleicht seinen auftritt hat also da bin ich richtig begeistert wir sehen auch einen käfig unter wasser mit viel vielen liquern drin also auch die dürfen natürlich nicht fehlen weil im endeffekt verlieren und liquor sind auch irgendwo miteinander vertreten die helden es ist erneut also wirklich in jedem film hatte auch eins gemeinsam alle helden der hauptheld ist durchweg also wenn man den hauptheld nimmt liren ist wieder dabei und führt das an also er hat ja auch den auftrag bekommen den doktor zu finden und ja reist nach alcatraz wir sehen zwei drei computermonitore wo er sich alcatraz genau anguckt wenn er es ist man sieht ja nicht ob er direkt drauf guckt aber auf jeden fall sehen wir monitore mit dem titel alcatraz und wir sehen auch einen zweiten helden wir sehen chris redfield again also chris redfield ist zurück ich habe jetzt leider hier jetzt nicht so viel aber er sieht genauso aus wie in resident evil vendetta also das passt ganz gut die designs sind etwas ähnlich und dann wird noch ein kaffeebecher abgestellt auf den tisch so wir sehen nicht wer den trinkt aber auf dem becher steht rebecca also rebecca chambers können wir auch erwarten also da bin ich richtig gespannt drauf es macht auch tierisch spaß wenn man eben halt sieht dass sie wieder da ist was das geheimnis hinter allem ist ob es eine rache ist weil wir sehen ein geheimnisvolles mädchen auf einer treppe stehen oder eine junge frau wir sehen ich weiß nicht ob diese frau das ist aber wer diese bedeutung ist wir sehen ja zombies wie gesagt da wird was sein es wird ist ein bisschen geheimnisvoll schon aufgebaut auch natürlich wird wieder richtig action sein und gerade am höhepunkt werden wir mit viel action konfrontiert wir sehen irgendwas seltsames was so irgendwie sporen oder gas absondert wo vermutlich die viren herkommen auch so ein bisschen computeranalysen lieren ist mal wieder mit motorrad unterwegs und ja als besondere überraschung gibt es noch einen neuen charakter der auftaucht erstmals in dem film und das passt perfekt also wir haben nicht nur lieren chris und eben halt rebecca sondern auch jill valentine das endlich in einem des cg movies zu sehen vorher war sie nicht zu sehen ist ganz kurz sie ist an einem schießstand zu sehen wie sie gerade so ein zwei kugeln abfeuert da da sehen wir auch gleich es ist das design was bei residenz 3 remake benutzt wurde also man hat sich daran orientiert während die anderen helden das design eigentlich wie ich sagte auch aus vendetta fortführen also ja was erwartet uns da also ich persönlich bin sehr überrascht ich finde die grafik auch wirklich gelungen auch wenn vielleicht der zombie am anfang so ein bisschen stark sich wirkt die grafik selbst ich habe auch schon gehört dass einige oder so ein bisschen unzufrieden waren die fanden sie altbacken und ich frage mich dann manchmal was ist nicht altbacken ich muss sagen ich fand die grafik schon sehr gut vor allen dingen mag es sein dass das noch nicht mal die richtige grafik ist sondern dass es noch noch die pre grafik ist weil manchmal ist das läuft das ränder noch der film wird fertig sein der film ist übrigens inszeniert worden von als shiro hasumi und von makoto fukami ist der geschrieben worden ich gucke mal nach ich habe hier meine wikipedia seite ich kann ja gleich drauf klicken ich gucke jetzt gerade ob er noch einen anderen resident evil ich habe es ganz spontan wer findet es gerade ja dieser autor hat auch wenn sie wie vendetta geschrieben deswegen passt diese verbindung wahrscheinlich so gut ja und der regisseur wir gucken gleich nach das ist so praktisch wenn man hier so nebenbei den rechner laufen hat hat auch infinite darkness auf jeden fall also der regisseur hat nicht vendetta gemacht jedenfalls ist er hier nicht gelistet hat aber infinite darkness inszeniert ja also das kann ich schon mal so sagen das ist auf jeden fall sehr interessant das ganze zu sehen ansonsten kann ich jetzt auch nicht viel sagen wie es dann nachher sein wird die sprecher sofern ich jetzt jetzt mitbekommen habe von chris lieren und so im original werden die gleiche seien wie auch in den vorher geringen filmen also wie in infinite darkness und vendetta das sollen die gleiche sprecher seien und bei in darkness war der sprecher ja jener nick faste lob nicht der name ist mir jetzt gerade nicht auf der zunge aber das ist der gleiche sprecher der auch im original des 2 remakes lieren gesprochen hat und wo jetzt auch im resident evil 4 remake im kommenden ja reden wird sozusagen oder sprechen wird weiter weiß ich im deutschen kann ich noch nicht so sagen wer die stimmen hat ich vermute aber meine vermutung läuft dass der gleiche sprecher von lieren es sein wird wie in dem resident 2 remake game beziehungsweise falls der wechselt das weiß ich nämlich auch noch nicht ob resident evil 4 das remake ich war also ich denke mal dass er die stimme von da haben wird aber ob das die gleiche stimme ist wie in ja wie in resident evil 2 remake kann ich auch noch nicht sagen weil es lag mag natürlich daran zu sein dass ja kann man es erklären dass wer weil er ist älter ist er älter paar jahre sind vergangen sechs jahre genau zwischen zwei und versiven sechs dass sie da deswegen die stimme austauschen genau kann ich das auch nicht sagen ach so wenn ihr euch stört dass wir hier immer schatten auf meinem gesicht sind es liegt daran dass ich es am tag aufnehmen dieses schöne video und ich habe zwar meine jalousie in meinem arbeitszimmer unten aber trotzdem kommt die sonne durch ihr seht dass ich jetzt hier zu weit gehe dann habe ich die sonne nur im gesicht also wenn euch das stört tut mir leid wo war ich stehengeblieben also resident evil ich bin sehr gespannt darauf synchronisation technisch ist es sowieso ein bisschen spannend zu sehen wenn man jetzt so die filme revue passieren lässt dann haben wir die generation spricht oliver mink die figur der oliver mink ist die stimme von mark wahlberg die stimme hat er auch in vendetta also lieren und in dem nation wird er gesprochen von sascha rotermund sascha rotermund hat ihn übrigens gesprochen in der residenz 6 in dem spiel deswegen haben sie auch hier übernommen dem nation auch kein schlechter film ich habe mir auch gefallen auch wenn ich fand dass er nicht ganz asiatisch war auf jeden fall war der hat mir der echt spaß gemacht der film und in infinite darkness da hatten sie ja unseren deutschen sprecher jetzt den habe ich jetzt aber auch nicht im kopf weil er nicht so jetzt gerade ich obwohl ich nur geläufig mit synchron sprechen bin habe ich den jetzt auch nicht da im kopf das ist aber der gleiche der residenz 2 remake gesprochen hat also deswegen sind wir mal gespannt welche stimmen die und nun kriegt wie gesagt wir haben drei verschiedene stimmen und alle waren großartig das kann man auch so anders sagen ja also ich bin sehr gespannt auf das ganze es sieht sehr actionreich aus der trailer ja ist leider zu kurz das ist ja noch nicht der richtige trailer es wird noch ein trailer irgendwann kommen vielleicht spreche ich dann auch noch mal mit euch aber andererseits ich bin auch manchmal einer der guckt diese trailer gar nicht so gern ich mag mich nicht spoilern lassen also heutzutage sind die ganzen fehler schon so viel am zeigen dass man eigentlich schon fast alles ja man weiß was passiert oftmals auch aus dem höhepunkt aus dem finale werden schon zehn präsentiert und irgendwo fehlt dann die überraschung also das ist doch traurig ein bisschen ja das poster selbst ich blende es hier auch immer teilweise mit oder blende es mit ein fände mir sehr gut leon und chris eben halt ebenbürtig auf dem poster darunter alcatraz das ist ja sehr spannend dass mit wasser mit tauchen keine ganze menge machen also ich finde da ist da ist viel potenzial ich bin mal gespannt wie sie das ausspielen und so weiter also action ist vorprogrammiert ja es wird natürlich auch ein bisschen bezogenes action sein aber ich finde das gehört dazu also ja man mag es nicht unbedingt mögen weil die spiele ja teilweise etwas ruhiger sind jetzt auch in die gruselschiene gehen so ein bisschen wie jetzt auch ja wie die anderen spiele aber man hat ja ich kann ich sagen also ich weiß jetzt natürlich nicht wie das remake von resident 4 jetzt sein wird ob die da später ist auch im auge im ersten klasse klassiker sage ich mal ist ja auch später mit mehr quicktime events bisschen spektakuläre boobs auch bei ada und so deswegen weiß ich nicht wie sie es jetzt beim remake lösen aber im film muss ich sagen mir passt es da ich mag es auch ich finde die grafik auch sehr gut denn ja man sollte vielleicht auch nicht vergessen dass manchmal manche grafik auch wenn man fällt es fällt bei zeichentrick film am meisten auf dass die ja ein gewissen stil vorgeben dass die sagen ja das ist einfach der künstlerische stil hier bei cg movies ist es nicht anders viele meinen dann nur es muss man realistischer 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 sein nein das stimmt nicht also es gibt sogar in der branche bestimmungen dass sie die movies die all rein also sie die movies die als die musik movies auch gekennzeichnet sind immer eine stufe unter einem real film sein sollen damit man die unterschiede erkennt es gibt dieses ungeschriebene gesetz also in der filmbranche und ich kenne mich da aus ich bin ja beruflich da auch mit verwurzelt also in dem sinne ja es ist halt manchmal so klar der film ist mit motion capturing entstanden hast alles komplett mit cg und ach so und was ich auch noch erwähnen wollte sehr viele real filme die wir heute haben auch action filme mehr cg drin als wir denken und das ist teilweise auch schwankt die grafik also ich meine gemini man mit will smith war einer der film wo man wirklich sagen kann wir haben zwei charaktere die ebenbürtig spielen während einer der richtige schauspieler war der andere war zwar auch der richtige schauspieler aber wurde ja digital verjüngt also in dem sinne haben sie es ja kombiniert bei diesen verjüngungssachen wird ja auch immer ein cg sozusagen drüber gelegt die hintergründe fahrzeuge also ihr glaubt es manchmal nicht was alles cg in manchen action film ist auch in den einfachsten filmen da wird super viel recherchiert recherchiert sei schon retuschiert und auch der neuen indianer jones also in dem sinne da ist schon viel mit dem ganzen namen eben halt am arbeiten und jetzt sage ich mal so bei diesem film ja man kann sich streiten mag man das aussehen mag man das wenn man sowieso nichts mit cg filmen anfangen kann dann wird man natürlich auch diesen film nicht mögen und wenn man direkt wenn man schon am anfang an das nicht gemacht hat wird man dem film auch nie diese chance geben zu sagen der hat mich unterhalten oder den fand ich wirklich klasse weil man immer sagt das hätte noch besser sein aber im gegensatz ich selbst habe auch mal so gedacht und da kann ich euch nur sagen versucht das macht das besser das ist echt nicht leicht also ich habe ja selbst ein film inszeniert und verstehe wie viel arbeit drin steckt und um überhaupt das ergebnis zu erzielen und im endeffekt gruppe gesagt will ich damit nur sagen ja es mag auch nicht perfekt sein er mag auch nicht jeden geschmack treffen und ich kann ja auch sagen also ich fand jetzt den letzten infinite darkness auch nicht so berauschend er war gut gemacht und unterhaltsam aber hier und da hat er auch seine schwächen und gerade beim finale habe ich gedacht okay da hat man einfach momente verschenkt ist so fand ich auch beim letzten james bond und das irgendwie vendetta fand ich am besten auch wenn da die action wirklich mega überzogen waren aber sie waren unterhaltsam gemacht das einfach nur geil aus und das hat mir gefallen und warum nicht warum nicht das so machen jetzt gut jetzt habe ich schon ganze menge so rüber geredet deswegen ist es jetzt wichtig ich versuche mal dem licht aus dem weg zu gehen also jetzt ist es wichtig dass ihr euren anteil leistet also schaut euch diesen trailer an ich verlinke den trailer hier unten einfach mal zur sony pictures seite dazu selber gesagt er wird auf englisch sein beziehungsweise auf englisch es spielt eigentlich gar keine rolle es gibt noch gar keinen dialog da drin also in dem sinne es ist nur mit musik untermalt somit wissen wir gar nicht welche stimmen im original heißt übrigens auch bei der island also wie der original titel von person event in japan ist ja und ja so text wird auch noch eingeblendet das wort rache es geht also um rache also und jetzt aber kurzerhand da und müsst ihr liken abonnieren teilen würde ich mich immer freuen darüber und lasst uns weiter reden was haltet ihr davon von dem film schreibt mir offen eure meinung ich sag mal so ich möchte konstruktive gespräche haben ich finde wenn es nicht euer fall ist schreibt nur ganz kurz ist nicht mein fall das reicht auch schon man muss muss ja nicht jetzt hier einem dass das war ich mal möchte auch nicht solche diskussionen anführen das hatte ich gab gibt es auch es gibt immer zwei seiten eine max eine max nicht so aber wenn ihr was denkt ihr für die dies mögen die fans sind wenn sie was denken die so das ist schon genug gelabert na ich danke dass ihr eingeschaltet hat in meinem let's talk video und ja ganz kurz gesagt hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder wir sehen uns beim nächsten mal wieder